Während sie im Zoo waren, näherte sich ein Schimpanse dem Glas und deutete auf ihre Tasche. Sie versuchte zu verstehen, was er wollte, aber er gab ihr immer wieder ein Zeichen, es zu öffnen, neugierig auf den Inhalt. Als sie schließlich etwas Essen aus der Tüte enthüllte, wurde sein Interesse geweckt. Er ging schnell zu einem Zaun und bedeutete ihr, um ihn herumzugehen und ihm das Essen zu reichen. Als sie dem nicht nachkamen, zeigte er auf sie und dann auf den Zaun. Als ihm klar wurde, dass sie es nicht passieren konnten, versuchte er, eine andere Lösung zu finden. Also schnappte er sich einen Stock, kletterte auf die Oberseite des Geheges und versuchte, den Stock zu ihnen hindurchzuführen.